hallo zusammen und schön dass wieder eingeschalten habt zu einer neuen runde was machen wir hier eigentlich angezockt angezockt beyond despair haben wir uns heute mal ausgesucht mit dabei sind der rock hallo und der stone hallöchen sehen ja aus wie die drei studios ja ein kerl ich hab ja genau und ich bin auch fast tot ich brauche essen ich habe gerade flasche alkohol reingepfiffen und was ist denn das hier genau auch guck mal den himmel ja wir wissen es selber noch nicht so ganz genau aber wir wissen dass wir auf dem weg zu diesem lagerfeuer jetzt jeder mindestens fünfmal gestorben sind ja genau also also überleben ist anders ja überleben ist wirklich anders ist ein horrors ist also ich hab ein knüppel hier drin ist noch nachts wenn jemand eine waffe braucht die axt hier ihr habt alle in euren spornhäusern waffe drin gehabt ich wusste gar nicht dass das ist so ein knüppel ist hier ich sehe nix ja stimmt also ich habe aber auch hier ja gut man muss aber dazu sagen wir reden hier wirklich von early 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 alpha genau ganz 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 früh weil da ist noch ja das tutorial ist noch nicht mal fertig und ich glaube das ist eine sache die sehr sehr wichtig ist bei diesem spiel weil ich persönlich weiß nicht was wir machen sollen vor allem wir haben noch nicht mal eine chance gegen die zombies oder die ja untoten wie man so da hast du nicht die geringste chance absolut mit den fäusten kommst du nicht dagegen an kannst höchstens weglaufen und dann laufen hier noch so komische kreaturen rum so eine art ja das ist die selbstbessige hunde also richtig großmauhunde und wir brauchen jetzt was ich gesehen habe ja wir gehen mal zu dem leuchtturm würde ich sagen lassen wir zu dem leuchtturm damit die leute auch ein bisschen was von der von der atmosphäre von dem nord habt ihr übrigens am himmel die nordlichter gesehen doch das ist ja leuchtturm auch so dass wenn du nach oben guckst ich habe eine keule können sie kommen du hast die axel hast du dir auch ausgerüstet auf 1 im inventar einmal rechts klicken auf use und dann hast du dir in der hand schön ich habe meine fäuste weil links und rechts ich höre schon wieder was ok gut kommen wir gehen da jetzt erst mal hin ich möchte ich möchte einfach nur überleben hier so ein bisschen lagerfeuer hier hier ist eine flasche was flasche alkohol das ist ja einer oder ist eine waffe ich drücke mal die falsche taste um da raus zu gehen wenn ich auch macht dann sehe ich hier gar nichts drin ja weil ich jedes mal beim rausgehen auszusehen die waffe mitnehmen gibt so war das gewehr damit so war das gewehr hat ich habe hier kein gewehr ihr verarscht mich doch da ist nichts drin ist keine knarre drin nein ich glaube dass das sieht jeder für sich selber aber für mich also bei mir war da bloß eine flasche wasser drin ach so also ich habe jetzt noch eine knarre super wir sind ja voll ausgestattet ja also ich habe jetzt ich habe jetzt eine knarre und wo sind sie denn jetzt schon wieder wartet auf mich jungs hier ist licht ja wir wollten zum leuchtturm auf jeden fall ne ja da sind sie ich höre sie nicht schon wieder sappeln da irgendwo wir haben aber schon mal strom das ist ja schon mal gut ich befürchte fast hier ist glaube ich hier ist eine kiste meine du brauchst sogar für die taschen dann bebrauchst du eine batterie kann das sein ja oh 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 und die komm her war ein dasteel ich würde gerne da steckt die tarnacht oder auch nicht oder auch nicht was machen wir jetzt habe ich keine ammo mehr jetzt muss die letzten so schlagen ja kriegt die knarre das möchte ich auch mal wie schauen die denn aus die hauen ja auch sogar ab ja der eine ist abgehauen ich weiß nicht ob da was drin ist und er schaut ja lustig aber hätte ich gewusst dass ihr da hinten rennt da dass ihr das nicht seht was da drin ist ist da was zu essen drin oh hier hier habe ich jetzt was und zwar eine schere nichts drin hier ist auch noch einiges jungs aber die batterie hält ja ewig ist ja irre weil ich jeden fall abstreichen entschuldigung danke das war fertig feiern ich wollte dich nicht schlagen ja ja das sagen sie alle hier da ich hier zu kuscheln hier ich möchte zum leuchtturm ja ich möchte hier leuchten bis wohin ich hab grad was ja zwiggert ja und ich sterbe gleich hier ja bei mir ist auch schon wieder dass uns wir brauchen unbedingt was zu essen escape escape so lauf ist aber komisch haben wir hier aber warum sammelst du alle waffen hier ein ja wenn ihr die nicht seht warum warum wir hatten ihr strom offen das ist in wellen wo du mit was triggers das irgendwie so ein geist auch glaube ich ne ja die triggerst du damit links oder rechts ist zombie die kommen gerade dann lass uns weiter ja ja geh halt auf mich ja ist klar wenn man hier was hat aber hier habe ich ja auch mal hier hoch halte da rennt ihr mir nur hinterher also ähnlich die anderen studie sind auch noch daher da kann sie auch mal drauf gehen ja behalten wir ruhig ich nut mir eben die kiste ach so und die taschenlampe kannst du nicht die ganze zeit an haben aha ich bin oben wo seid ihr lang gelaufen ja knüpft ihn euch mal vor ich guck mal hier in den säcken nach super ich bin den berg hoch ach so ihr seid im berg werde hier die ganze zeit verfolgt von irgendwelchen zombies oh der zombie sinkt lightning house ich finde das jetzt echt gerade uncool von euch ohne witz ihr tut hier die ganzen kisten plündern ich gehe jetzt erstmal ins haus kann man die tür zu machen nee kann man nicht schade ich komme auch mal ins haus der zombie ist übrigens unten stehen geblieben eine kleine leichte waffe okay seit dem leuchtturm drin oder in dem haus daneben ich bin im leuchtturm jetzt wir gehen um ein leuchtturm also ich bin im leuchtturm sind auch noch säckchen das ist das hier was zu essen hier ich habe hier gerade eine anzeige bekommen von radio last schalten also das auch bekommen das nix drin also so lange habe ich noch nie überlebt also muss ich mal sagen hallo das ist nicht nein das ist eine leere pudel so kommt nicht hoch ich hätte gerne wissen kann mir apple nehmen wir auch mit ja essen ist immer wichtig so ja also kann wirklich jeder seine eigenen lud sehen ja 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 das ist schade kann man ja auch mal teilen und so ne das blockiert mich gerade danke aber die mikrowelle hier ist ziemlich hell es wird hell wir haben die erste nacht überlebt oh mein gott da schaut man da muss erst der papa mit euch spielen damit ihr hier mal eine nacht überlebt das war das ganze war nicht in der aufnahme wie er sich ein kleines mädchen weißt du bei mir läuft schon die ganze zeit wir kommen nicht hoch sagst du hier kommst du leider nicht hoch wir haben ja aber wirklich also du kannst wirklich in jedem sack was anderes einsammeln ja das ist schade es geht nicht auf man kann doch die tür nicht schließen und das ist und das finde aber die zombies kommen hier nicht hoch doch die zombies kommen in das haus das hatte ich nämlich vorhin gehabt wo ich zu euch hier vorne ist ja hier siehst du die wellen da kannst du wieder was triggern aha dann wissen wir das auch schon mal aber so in dieser phase ist es extrem schwer zu spielen finde ich da nicht in kopf jeden fall und jetzt machen hier ist die karte ja mach mal die funzel aus man sieht ja wenn man so auf die karte guckt das sind das eine ganze menge wo sind wir jetzt überhaupt ach da ja wir sind irgendwie da unten beim leuchtturm sind wir hier wird ja lange durch beim leuchtturm ja das dumme ist bei der afrikate wird auch nur mal ja eine person da wird angezeigt ja genau das nicht die als ein bisschen schade aber dafür habe ich jetzt einen vollen rucksack mit allem möglichen inventar was ich gar nicht glaube ich brauche ja wir können ja in diesem spiel auch kräften ich tue mal was trinken was habe ich da was ist das das schöne ist ja ich habe ammo aber die kann ich das habe ich ja auch ich habe auch ein bisschen munition aber die kann ich nicht auf meine waffe die ich habe benutzen oder die nachladen warte mal so sein radio ja das ist ein haufen zeug glaube ich was essen kann ich kann ich ja essen wäre wichtig das habe ich hier für ganze nicht essen also du kannst du das trinken ja ich habe mir gerade saft getrunken ja und noch das war's und noch ein schluck säftchen das habe ich hier nur noch ein filter für ein auto vielleicht können wir autofahren weil es nur ein pfeife rauchen wir waren auch das ist so ein scheißhaus wenn einer muss ich muss mal kurze hatte ganz kurz hier also falls ich mal jemand was bricht ich habe auch so ein blueprint hier komme ich nicht rein dass das kloß gesperrt da hat irgendjemand von euch in haufen schon reingesetzt warum habt ihr eigentlich alle waffen außer ich aber dafür habe ich klebeband ich kann euch fesseln und habe ja auch ich habe auch duct tape können wir nicht rein ach nee schade das ist das hier was ist das denn hier für eine lustige karte ach so das ist unsere karte also ich habe stahl ach so aber ich habe leider öl habe ich auch also ich habe jede menge krempel ich habe da so die ganz ganz blöde befürchtung ja dass wir auf ebene f3 müssen weil das ist rot eingekringelt ja oder auf f1 weil das sind so flecken die rot eingekringelt sind und auf f6 das ist gestrichen das sollten wir uns glaube ich nicht aufhalten behaupte ich jetzt mal tja auf g6 haben wir unser frei luft kino hier unser auto kino glaube ich so schaut das jedenfalls aus ja aber ich bin das sind jetzt dunkel oder hell hell ja und k4 werden wir sterben da steh ich auf jeden fall langsam mal irgendwie auf den weg machen und was zu weißen besorgen ja einfach mal den weg weiter laufen war das würde ich auch sagen denn ich bin gleich tot die ganzen säcke hier vorne gelootet ja habe ich aber ich hatte nur ein radio und diverses kleinkram papier und so war das zombie rechts lauf weiter lauf weiter lauf weiter da ist zombie links ich bin an dem lagerfeuer unten und versuche mich ein bisschen zu wärmen damit ich nicht gleich verrecke ich bin tot aber ein schlacht braucht der zombie nur das schöne ist wenn du tun kann ich dich retten ja kann ich leider nicht wenn ich gut dann dann ist dein ganzes loot weg oh nein mit einem mit schraubenschlüssel einschlag ins kreuz war der zombie tot so und wisst ihr wo ich bin zwischen h6 und g6 genau an der grenze scheiße wo bist du h6 g6 an der grenze auf diesem weg also der weg der da ist genau an der kante bin ich ist das ein mist ich habe eine tasche gefunden nebenbei den ganzen krempel eingepackt du plünder ja wo wir erwarten zu war oder ich bin mir nicht so ganz sicher ob das so eine gute idee ist wenn ihr da wartet ja oder wir laufen den weg einfach weiter dann lauft man ach das ist wirklich ein kino das ist wirklich ein kino hier steht cinema south coast gibt es essen guck mal warte war für nichts von korn prima essen mit hier gibt es aber mega häuser ihr müsst herkommen ohne witz hier gibt es ab zum kino okay noch mal fix zum kino denkt man mit unseren waffen können wir den einmal ins kreuz schlagen dann ja das wäre nett wenn ihr kommt ich habe munition eine säge ein messer ich glaube ich bin jetzt gerade aufgelevelt worden hier ist nichts drin aus mist hier ist eine hier ist eine radio oder wir müssen geradeaus ich höre es ich höre das doch was war das du bist in dieses scheiße jetzt wollte ich mir deine tasche holen okay also man stirbt hier mehr als so war bist du das tatsächlich ich drehe durch wir sind das kann aber nicht wahr sein wo sind wir denn jetzt warte 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 wir sind am strand wir müssen dann sind auch fast am kino das kino ist hier vorne werdet es nicht glauben ich habe rot gefunden wir sind das kino ist landeinwärts ach komm es müsste direkt hier vorne sein ja wir sind direkt vom cinema gespawnt das ist gut dann kommt man ja ja ich bin im hinteren raum da ist es noch einigermaßen sicher hier und recht dunkel an diesem haus hier dahinter ist ein platz da sind monster wenn du da jetzt rein rennt das war lecker schönes brot aber wir können ja schon mal erst mal hier jetzt haus looten weil hier sind nämlich auch kisten ich glaube ich habe gerade irgendwas benutzt und dann ist glaube ich zwei meter weiter zimmer ja aber ich habe erstmal die kisten gelootet weil hier sind ja auch noch sachen drin aber ich muss noch ein kündchen auf die uhr saugen gucken also das nix wer bist du hier hallo ich bin einer der drei studie wer bist du reiseführer ich möchte sie gerne ja ist dann noch zu essen im kühlschrank immer eine seite also seid mir nicht böse aber ich finde das ein bisschen naja kurios weil keine ahnung was wir machen müssen ne richtig und also da draußen rennt ein zombie oder ein zowal ich weiß ich bin mir nicht sicher guck mal zum fenster wenn ich überlegt dass wenn ich überlegt dass man dafür eigentlich noch geld bezahlen muss bin ich ein bisschen enttäuscht eigentlich aktuell weil es schaut schon schön aus da hast du wirklich recht also hast du wirklich recht aber so auf jeden fall ausgelockt man müsste da das ist durch diese wand gelaufen das gibt eine darf durch die welle nicht durch ok man müsste auf jeden fall mal die weitere die weitere entwicklung abwarten ich kann euch aber jetzt sagen ich bin bei g7 gelandet also das bringt nichts da jetzt noch mal hinzulaufen ich denke mal das ist auch so ein schöner kleiner einblick gewesen finde ich genau ja wir haben es gesehen und es ist ausbaufähig also ich denke mal da wird noch was passieren und auf jeden fall es kann glaube ich auch richtig richtig gut werden wir werden das auf jeden fall weiter im auge behalten auf jeden fall ja wenn da wieder ein update kommen sollte wenn da was passieren sollte was größeres denn wenn wir natürlich auch noch mal da wir reinschauen auf jeden fall das werden wir auf jeden fall machen und das denke ich doch gut na weil so im moment ist das ein bisschen extrem schwierig absolut wie gesagt wenn man sich gefunden hat dazu zwei zu dritt ist es schon echt einfacher als wenn man da wirklich alleine rum rennt alleine überlebt ist das kunden das haben wir das haben wir probiert also das war extrem schwierig ja aber wir haben jetzt schon drei tage überlebt also oder zweieinhalb also das war ja schon mal positiv und das ohne essen und nachteilig finde ich aber auch noch dass die zeit noch extrem schnell vergeht der tag ist so kurz also dass man nicht so ein bisschen möglichkeit hat naja aber sonst im großen und ganzen mittlerer daumen mittlerer daumen für early access da hat man schon schlechteres gesehen auf jeden fall da hat man schon sagen wir schon wirklich wirklich schlechter das gewährstellt gut ja dann danke ich euch fürs mitmachen fürs mitspielen und da würde ich sagen sehen wir uns dann in den nächsten testet war auf jeden fall auf jeden fall bis dann bis dann